Nach einem viertägigen Programm sind die Jugendmedientage 2014 in Frankfurt nun vorbei. Bei der Abschlussveranstaltung kamen alle noch einmal zusammen zur Podiumsdiskussion mit dem Thema Was ist Wahrheit? und konnten sich die Workshop-Ergebnisse noch einmal anschauen. Die Jugendmedientage waren super, ich bin das erste Mal bei den Jugendmedientagen und habe jede Menge Motivation und Input bekommen. Ich fand die Jugendmedientage an sich super, ich finde die Organisation und grundsätzlich die Idee der Veranstaltung toll. Man trifft unglaublich interessante Menschen, unglaublich interessante, also gerade diese jungen Menschen, dass wir die ARD haben, dass wir selber in Kurzem. Der Dank an die Thema, ohne die die Jugendmedientage nicht möglich wären, durfte natürlich nicht fehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.